Ja, wir sind so ein bisschen die Teilzeitingenieure. Das darf man aber nicht zu hart nehmen, weil wir müssen gar nicht so weit ins Detail reingehen. Bei uns geht es eher darum, dass wir die groben Konzepte verstehen und man kann sich auch noch weiter vertiefen. Das Gute am Wirtschaftsingenieurwissen ist, dass man eine solide Grundlage hat. Man kann in vieles mal reinschauen. Also wir haben, wie gesagt, wirtschaftliche Sachen, technische Sachen, aber halt auch rechtliche Sachen. Der Taschenrechner ist mein Begleiter, den nehme ich immer mit. Warum ist er typisch beim Wirtschaftsingenieurwesen? Wir machen natürlich viel mit Zahlen. Also auf der einen Seite haben wir die Wirtschaft, da muss man ja Sachen ausrechnen. Gerade wenn es um Geld geht, soll das natürlich auch stimmen. Und auf der anderen Seite das Ingenieurwesen, wenn man Sachen konstruiert und da auch berechnet, dimensioniert, dann sollen die auch funktionieren und sicher sein. Und dabei ist es auch gut, wenn die Zahlen stimmen. Tatsächlich, ich habe in der Schule in Mathe nicht so gut aufgepasst. Ich habe auch kein Mathe-Abi geschrieben. Ich habe es halt als Leistungskurs noch belegt, aber keine Prüfung geschrieben. Und ich musste mir sehr viel, sagen wir mal, neu aneignen. Aber inzwischen habe ich das alles geschafft. Und ich denke, jeder, der es wirklich will, kann es schaffen. Ja, warum bin ich dann nach Ilmanau gekommen? Also die Frage höre ich auch öfter, was ja doch ein bisschen weiterer Weg ist. Die Sache ist einfach, ich habe mir die größeren Unis in Berlin angeschaut. Und was mich da aber gestört hat, ist, auf der einen Seite hätte ich jeden Tag über eine Stunde hinfahren müssen. Auf der anderen Seite, der Campus war nicht so gemütlich. Also jetzt in Ilmanau habe ich den Vorteil, dass ich halt wirklich überall hinlaufen kann. Ich habe keine langen Wege. Ich habe ein super Betreuungsverhältnis. Und dort war ich halt wirklich nur ein Student von 100, 200 Leuten. Also bei uns redet man so ein bisschen von der Campusfamilie. Das ist tatsächlich so, wenn du morgens zur Uni fährst, dann triffst du mindestens zehn Leute, die du irgendwie kennst oder schon mal gesehen hast. Und wir Wirtschaftsingenieure sind relativ viele. Das stimmt. Aber wir haben auch sehr viel mit anderen Studiengängen zusammen. Irgendwelche Vorlesungen, wo man sich allein schon mal deswegen kennt. Und auch durch die Vereine habe ich sehr viele Leute auch von anderen Studiengängen noch kennengelernt. Also das ist sehr durchmischt und total cool. Bei uns ist es sogar so, wenn man sich rechtzeitig bewirbt bekommt, man garantiert, dass man einen Wohnheimplatz bekommt. Und ja, Wohnungen sind halt auch erschwinglich und man findet da auch eigentlich immer was. Gerade im Vergleich zu Großstädten ist das echt ein Traum bei uns. Ja, zum Leben generell. Also wir haben auch vier Studentenclubs direkt auf dem Campus. Wir haben sehr viele Vereine, wo man sich einbringen kann. Also man kann sehr aktiv werden, sich engagieren. Sehr viele Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall. Ja, bei Immerno sagt man immer, das ist so ein bisschen das, was du daraus machst. Und inzwischen machen wir ziemlich viel. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die Clubs. Dann gibt es aber auch sehr viel selbstorganisierte Events von Studenten. Inzwischen haben wir sogar ein eigenes Musikfestival, das wir da auf die Beine stellen. Und ja, es gibt halt wirklich viel zu machen, auch durch die Vereine. Die machen ja auch viel. Und wenn einem das nicht reicht, dann kann man immer noch, sag ich mal, Richtung Erfurt fahren in die größeren Clubs. Und tatsächlich haben wir an der Uni ein eigenes Fitnessstudio. Wir haben ein Riesensportangebot. Wir haben, ich würde fast sagen, fast 90 oder 100 Sportkurse, wo wirklich alles abgedeckt ist. Und die Preise sind halt sehr erschwinglich. Also man zahlt vielleicht 20 Euro im Semester, wenn man jetzt einen Kurs belegt. Ansonsten, Orte, die bei uns echt cool sind, zum Beispiel ist das Haus am See. Da kann man halt was trinken, was essen, sich hinsetzen auf Bänke. Und es sind halt mehrere Seen so ringsrum. Man kann Tretboot fahren. Das ist echt stark, gerade im Sommer. Ansonsten, bei uns gibt es eine Wiese vom Audimax, wo man sich halt auch mal nachts hinsetzen kann und Sternschnuppen anschauen kann. Das sind so die wirklich coolen Sachen. Und ja, ansonsten immer bei Freunden abhängen, irgendwie auf die Dachteile Rasse. Und ja, das macht Spaß. Also Wirtschafts-Ingenieurwissen steht eigentlich auf ziemlich jeder Jobausschreibung drauf, weil wir halt von allem schon mal was gehört haben. Wir können uns sehr gut über alle einarbeiten. Und auch, das ist so ein klassischer Studiengang für, ich sag mal, ein bisschen mehr Richtung Führungsposition, weil man den groben Überblick hat. Man weiß, wo kann man die Leute einsetzen. Man sieht so ein bisschen die Zusammenhänge auch, weil der Ingenieur, der ist halt sehr in seinem Detail drinne und hat so diese große Übersicht vielleicht gar nicht. Und beruflich zurzeit, ich bin halt in einer studentischen Unternehmensberatung tätig, weil ich das spannend finde. Und in die Richtung werde ich wahrscheinlich gehen, dass ich erstmal Richtung Beratung gehe. Jetzt auch dadurch, dass ich jetzt mich für Automatisierung interessiere, vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Technologieberatung zum Beispiel.